Du hast die Tasche abgeklebt! Du hast die Brusttasche abgeklebt! Ich komm nicht rein! Perfekt. Wunderbar. Ich hab den Akkordgriff bereit. Ich werde in meine Füße gucken, wie fühl's raus. Ey, macht mich da ja rechtzeitig davor. Das sind deine Beine, glaub ich schon. Oh, die gehen doch nicht. Oh, die Schweine, die haben 10 Sekunden. Vor allem, mir tut's auch langsam weh, Alter. Das ist ein bisschen schwer. Schein Lendricks bitte immer noch in Untermilch. Aber was hier rot ist gesagt, ist natürlich vollkommen richtig. Na, wenn, also wenn jetzt irgendwas passiert, dann richtig. Ich kleb halt am Seil, Alter. Wir machen das mit dem Ohr trotzdem zusätzlich. Das geht überhaupt nicht. Es wird mich übelst auswasten, ohne Scheiß. Ja, deswegen ist es auf Kamera. Also, das sind Paraphauten. Oh, da ist der Kondor, da ist der Kondor. Der ist ja gerade vorbeigefahren. Ey, wir sind doch safe. Scheiße, scheiße, shit, 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 shit. Der Kondor, ohne Scheiß. Ey, wenn der Kondor kommt, dann hauen wir aber voll rein, Alter. Und ihr lasst mich dann von hier fallen, oder was? Das ist aber ganz schön krass. Ey, das ist überhaupt nicht so krass, wie Sie sagen. Maggie, Alter. Ja, hab ich bei Antec auch gemacht, sonst gibt es nicht genug Schwung. Ja, aber ich hink halt... Obwohl nicht schwerer. Ich, ja. Scheiße, es sind Fahrradfahrer. Ne, Fahrradfahrer geht nicht. Die fahren doch nicht hier lang, oder doch? Scheiße, die fahren hier lang. Ach, macht du nix? Ne, macht nicht, Alter. Von der anderen Seite müsst ihr auch brechen. Hier müsst... Hier, was ganz wichtig ist, wenn von der anderen Seite jetzt die beiden Zombies da kommen, dass dann die Sicht nicht versperrt ist, Alter. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier das meiste trage. Ey, nein, ich lebe mich hier grad voll dagegen. Dann werden wir's mal sehen, Mensch. Ich kann... Oh, fuck. Warte. Jetzt schau ich mich ein bisschen am Geil jetzt. Die Hand ist halt einfach so schwer. Oder die Gitarre. Ich höre, wie ihr fühlt sich behindert aus, was ich hier grad mache. Vor allem, weil ich auch meine Hütze da hab. Vor allem, der Ton leuchtet die ganze Zeit mit. Erzähl mal mehr. I came in like a wrecking ball. Die Gruppe müsste jetzt hier langlaufen. Das wär so kaputt. Das war unsere Gruppe, ja? Ja, ich glaube nicht, dass sie hier langlaufen. Das ist halt so das Ding. Es gibt nicht viele Gründe, hier langzulaufen. Ne, doch. Unten rumlaufen ist viel schöner. Hier ist so dunkel und eng. Alter, ohne Scheiß, Robin. Robin, wollen wir das noch irgendwann mal machen? Jetzt ist der Sommer vorbei. Ja, wenn wir uns gerade aufgebaut haben... Ja, aber wir müssen heute noch andere Clips machen. Die können wir halt nirgends anders machen. Also nirgendwann anders. Was? Das sei herrutscht ein bisschen. Wie rutscht? Lass sie rutschen. Wie? Ach Quatsch, Kalle. Lass dir nichts einreden. Das ist alles safe. Das ist echt Katastrophe. Was? Ne. Sie können mit halten. Wir warten. Passt schon, passt schon. Danke, es lieb. Moment, warten wir erstmal nur. Aber es lieb, danke. Wir machen hier Kunst. Ganz provokativ. Also jetzt stehe ich zumindest so, dass wir schon blickfähig sind. Da kommt zwei Rentner, oder? Rentner ist uncool. Aua. Ich glaube, man sieht Kalles Bein halt noch raus. Ich kann ja mal im rechten gucken. Ich glaube, ich sehe am wenigsten verdächtig aus. Wann soll ich denn das spielen? Zu welchem Zeitpunkt soll ich denn das spielen? Wenn du innen fängst. Oder du fängst mit singen an, wenn du nach oben bist. Ich hätte es vor allem auch einfach ohne Gitarre machen können, Alter. Das wäre genauso lustig. Kill like a wreck. Eine Gitarre kann ich noch abgeben. Ja. Hä, die Gitarre. Das ist doch alles. Was? Jo. Ich muss mal kurz releasen. Das heißt, für euch wird es jetzt ein bisschen schwerer. Ne. Eigentlich nicht. Soll ich es mal entziehen lassen? Ne, danke. Ich kann nicht den Ball so klingen lassen wie... Boah, der war gut. Alter, das tut übel zu weh. Wer ist denn das hier ganz links? Wer ist denn das hier? Na, Alter. Ich halte das meiste richtig. Oh, die kommt wirklich. Okay. Zinni geil. Das ist ne Frau mitgekommen. Komm. Ey, wenn die sich jetzt wieder um entscheidet. Sie wollte helfen, sie fang den Scheißweg und sie entscheidet sich um. Sie entscheidet sich um. Also kommt nicht. Komm, komm, komm. Ey, sie hat echt noch mal wieder durch diesen Scheißweg und geht dann doch in die andere Richtung. Du musst dann so machen. Ich glaube auch. Ey, Alter. Wir müssen noch Mary und Paparazzi... Oh, warte, warte. Och, komm schon. Und Maggie, wir müssen noch... I just had sex müssen wir noch irgendwo machen. I just had sex. Hallo, das ist ne Religiöse. Oh, fuck. Ist das ein Lied? Ist das ein Lied? Ist das ein Lied? Alter. Da kommen die Jugendliche. Echt? Ey, hier. Hier, guck, dass das mit denen da passt. Ja, äh, da drüben kommen die Leute. Ey, Michi. Ja, schick die über die Wiese. Die sollen über die Wiese gehen. Schnell. Schnell. Ich halt mich auch. Mach hin. Kommt da jetzt jemand oder nicht? Na siehst du jemanden? Nein, ich kann ja nicht gucken. Guck halt mal kurz. Nee, dann hält Maggie dich irgendwie alleine. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Alter! Ja, komm, du wird's angesporst. Kommt hier? Halt mich jetzt noch mal kurz. Musst du halten? Musst du halten? Ich muss loslassen. Du musst mich loslassen. Halt mich. Muss mich halten. Ich muss loslassen. Ich muss loslassen. Sind die Dach? Sind die Wurst? Ich kann einfach nix machen, ey. Ich kann einfach nix machen, ey. Alter. Der Ball ist halt grad echt... Alter, das war wirklich super. Alter. Wir haben jetzt irgendwas, um das da abzukriegen, oder? Echt? Oder willst du noch einen machen, ne, oder? Ja. Lass kurz gucken. Sehr geil. Ey, die Assis, guck dir jetzt den Clip an. Ja. Ich will den auch sehen, die Assis. Ne, passt schon. Na rein. Never hit so hard in love. Hallo. Kennen Sie Miley Cyrus? Nein. Miley Cyrus, die, äh, the wrecking ball gemacht hat. Came in like a wrecking ball. Also, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das benutzen dürfen. Das wäre wirklich schön. Haben die ja gesagt? Was? Ja, ja. Erstmal mach ich dir den Ton aus. Der ist immer noch an. Na, Sishi. Guck mal, wie tief der Ball schon wieder hängt. Ey, oh, warte mal. Jetzt geht doch mal runter. Scheiße, falsch. Falsche App. Boah. Noch einen, oder?